Heute bauen wir die Ställe für unsere Tiere und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Skyblog. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier jetzt eine, naja, ich nenne es mal Pseudoburg, weil es ist jetzt nicht sehr detailliert und nicht so richtig burkmäßig, aber trotzdem kann man es benutzen, das haben wir im Livestream gebaut. Der ist ja auf YouTube zu sehen, war leider ein bisschen laggy am Anfang, aber gut, das konnte ich nicht verhindern, beziehungsweise bis ich das Problem gefunden habe und so haben wir hier zwei Türmchen und in der Mitte können wir halt ein bisschen was einrichten, wenn wir wollen. Oder vielleicht ihr, wenn ich die Map zum Download freigebe und ich sage, hey, hier, richtet mir das mal ein. Skyblog für Anfänger, bald vorbei. Ich wollte es eigentlich im Stream beendet haben, aber das war zu viel und mit dem Gelecker haben wir dann auch viel Zeit verloren und so und das war alles ein bisschen doof. Und jetzt bauen wir einmal die Unterstelle für die Tierchen. Oh, ich mag Tiere. Gut, dafür brauchen wir erstmal ein leeres Inventar. Inventar aussortiert ist immer der größte Horror bei mir. Und natürlich dürfen wir erstmal wieder schlafen gehen. Mir ist klar, dass wir hier auf der Skyblog-Map noch die Hexenhütte und das Unterwassertempel haben. Den und das Unterwassertempel. Ich kann voll gut Deutsch. Der Unterwassertempel, aber die werden wir beide hier nicht mehr angehen, weil erstens können wir das Ganze in Minecraft für Anfänger machen und zweitens halte ich das auch für sinnvoller. Also, das ist ein Minecraft für Anfänger zu machen. Jetzt würde ich nur hier gerne in der Mitte, würde ich gerne, es gibt ja keine richtige Mitte, ne? Das ist ein bisschen schwierig hier, so eine richtige Mitte zu finden. Das ist vielleicht hier, vielleicht hier so könnte man machen, ne? Ja, wir haben vier Tiere. Wir haben Hühner, Schafe, Kühe, Schweine. Und wir werden jetzt jedes Viertel für ein Tier machen. Und was braucht Lars auf jeder Baustelle? Genau, ne Werkbank. Ach, haben wir lange nicht mehr gesehen, ne? Ne Werkbank. Das ist ja, wow. Das ist phänomenal. Eine Werkbank. Wir machen mal so. Haben wir einen Haufen Sticks. Jetzt müssen wir einen Haufen Zäune vielleicht machen. Wobei, einen Haufen eigentlich nicht, äh, vier, acht vielleicht, so. Und dann müssen wir noch einen Haufen Zauntore machen. Weil ich mag immer lieber Zauntore dazwischen haben, wie Zäune. Das finde ich irgendwie ein bisschen schöner. Jetzt gucken wir, ah, das reicht im Leben nicht. Gut. Wir kommen hier rein. Das heißt, hier machen wir erstmal Weg. So. In die Mitte. Und in der Mitte soll man dann überall reinkommen. Bäh, ne, 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 ne. Was mache ich denn? So. So, okay. Das, die habe ich ja gesagt, die Mitte, ne. Dann würde ich sagen, dass man im Prinzip hier, hier, ja, genau so. Und dann können wir vorne noch ein bisschen begrünen. Aber wir müssen alles Zäune nehmen, ne. Weil mit Zauntore kommen wir ja nicht so, kommen wir nicht so diagonal, ne. Wir müssen Zäune nehmen. Okay. So. Einfach diagonal rüber, bis man drüben ist. Schwein, geh mal rüber da. Geh mal rüber da. Danke. Ja, sehr gut, ne. Dann machen wir die Werkbank erstmal weg. Und dann sehen wir schon, hier haben wir einen Karree. Da haben wir eins. Hier haben wir eins. Nee, vorne haben wir zwei kleine. Und ich dachte, hier vorne in die kleinen, da machen wir Hühner rein. Und dann machen wir hier irgendwie Schafe, Kühe, Schweine. Und hier ist irgendwie ein Holz zu viel. Hier ein Zaun. Ne, der war richtig. Warte mal. Der war richtig, ne. So. Ne, hier muss das hin. Ach, das ist von der anderen Seite. Ja gut, mein Fehler, ne. Ist nicht schlimm. Wir lassen das einfach jetzt so. Ist okay. Machen wir auf der anderen Seite auch noch ab, ne. Damit das Ganze hier so ein bisschen so. Aber ansonsten, sehr cool. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen überdachen. Und vielleicht ein bisschen Stroh drin verteilen und so, ne. Soll ja schon ein bisschen, ein bisschen sollen die ja was haben. Aber das ist sehr, sehr pragmatisch. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass wir die Felder wirklich füllen. Mit Schafen, Hühnern, Schweinen, also richtig füllen. Wer braucht schon Tierwohl? Wir brauchen es nicht, weil wir sind hier in Minecraft. Und Minecraft besteht nur aus Nullen und Einsen. Und das sind ja keine echten Tiere. Naja, ich sehe die Kommentare schon kommen. Geh weg, Schwein. Geh weg. Ich muss eine Leine holen, damit ich euch da mal auseinander sortieren kann. War die Leine nicht hier hinten? War die nicht hier hinten? Hier, hier, hier. Golem! Wer ist auch im Stream gespawnt? Ich habe keine Ahnung, warum jetzt ein Golem gespawnt ist. Wir haben so lange drauf gewartet und jetzt einer gespawnt. Ich weiß nicht warum, aber hey. So, dann wollen wir denen mal die Schlinge um den Hals ziehen. Hier und dann, ey. Das mit den Zwei-Toren ist echt ein bisschen bescheuert. Ich mache das mal weg. So und so. Weil man klickt immer das Obere an. Was haben wir gesagt? Hier Schafe, ne? Haben wir irgendwo noch ein Schafes? Ja, genau. Guck mal hier. Das Schaf muss zum Beispiel hier. Komm mit. Schaf. Ja, ja. Hör auf, da rumzufressen. Jetzt komm mal mit. Du gehörst hier hin. Die spannendste Aufgabe, die es in Minecraft gibt. Sogar noch spannender als ein Dach bauen. Unfassbar. Schweine haben wir gesagt, hier rüber, ne? Und die kleinen Hühner. Die kleinen Hühner. Hahaha. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Danke. An Skyblock kann man aber sehr schön sehen, was eigentlich in Minecraft fehlt, wie ich finde. Und zwar ist man in Skyblock wirklich sehr, sehr alleine. Also ich persönlich fühle mich in dieser Welt sehr, sehr, sehr alleine. Und das ist so ein bisschen das, was Minecraft fehlt. Minecraft ist zwar ein Sandbox-Game, aber nichts, äh, desto trotz hätte ich sehr, sehr gerne hier ein bisschen mehr Interaktion oder ein bisschen mehr Roleplay, ein bisschen mehr, geht halt nur mit Mods, ne? Und da wir hier in der 1.15.2 sind, ist das nicht, äh, gerade zu haben. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was dir in Minecraft fehlt. Ähm. Hä? Ja, das Tor ist zu. Hä? Achso, jetzt, ja, ja, jetzt auf einmal, ne? Komm, kommst du jetzt, kommst du jetzt rein hier? Hä? Stimmt der nicht mit dir? So, danke. Glaub, die Tiere sind auseinander sortiert alle, ne? Ja, sieht so aus. Dann können wir jetzt mal ein bisschen Stroh holen, die ein bisschen vermehren und ein bisschen Stroh verteilen und Dächer bauen und das Ganze so ein bisschen tierfreundlicher machen. Etliche Erfolge stehen ja auch noch an, ne? Die wir haben oder machen können oder weiß ich nicht, wie man auch immer das nennen möchte. Das Problem daran ist nur, ich bin absolut kein Achievement-Jäger. Ich mag das überhaupt nicht, so Achievements zu sammeln. Weil das ist für mich, ist das wirklich einfach, im 99% der Fälle ist das Zeitverschwendung. Also, das sind so Gimmicks, die kann man nebenbei machen, das ist ganz nett und so weiter und so fort. Aber letzten Endes bin ich, ich bin niemals ein 100%-Spieler, weil ich diese Achievements nicht mache. Ich mag das nicht, das ist, ich finde, das ist immer künstliche Playtime. Damit macht man das Spiel mal künstlich extrem lange. Und das ist so ein bisschen, äh, wenn ich mich langweilen will, kann ich das auch anders. Ich weiß, jetzt werde ich bestimmt gehauen, weil der ein oder andere sieht das ganz anders als ich. Ist ja auch okay. Aber deswegen werden wir hier auch in Skyblock nicht alle Achievements machen. Weil, ganz ehrlich, 64 von allen Items zu sammeln, halte ich für vollkommen sinnbefreit. So sieht die Farm dann aus, wenn sie nackig ist. Geht auch, ne? Auf zu den Tieren! Und noch viel weiter! So, die Schafe und Kühe, die haben Bock. Die haben richtig Bock hier. Die sind richtig heiß. Und wollen, dass wir sie vermehren. Also, dass sie sich selber untereinander vermehren. Äh, was? Ich vermehre die nicht. Okay. Das war eine sehr merkwürdige Wortwahl. Jetzt müssen wir ein bisschen abwarten. Aber an der Zeit können wir auf jeden Fall die Werkbank hier nochmal hinfläzen. So, vielleicht da in die Ecke oder so. Da ist ja noch kein Gehweg. Und wir machen hier raus einfach mal so ein paar Ballen, ne? Und mit den Zäunen machen wir hier vielleicht hier auf den Ecken jeweils noch zwei hoch. Und dann können wir da ja noch Falltüren drauf machen. Und noch so ein bisschen in die Schräge rein arbeiten, ne? Dass es auch so ein überdachtes Gebiet gibt für die Tiere. Und dann brauchen wir einen Haufen Falltüren. Und müssen die weiter vermehren. Mach euch mal groß hier. Guck mal. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Das Babyhuhn hat 64 Samenkörner gefuttert und nichts ist passiert. Ah, nicht ganz. Ich hab noch fünf, aber genau. Etwa so viele. Und die Schafe, die fressen mir das Gras weg. Das kommt gar nicht so schnell wieder, wie die das fressen. Und hier musste ich das Stroh nochmal entfernen, weil die sind echt darüber gehüpft. Hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt haben wir hier massig, massig Tiere, die sich sogar immer noch mehr bewegen können als im echten Leben. Was eigentlich schon traurig ist, ne? Weil das hier ist ja kein Platz. Aber gut. Juhu, Eier! Eigentlich müssten wir die Schafe einfärben, ne? Damit wir jede Art von Wolle haben. Das ist doch ein Job für Alba. Solche billigen Arbeiten machen wir hier nicht. Und das Ganze ist jetzt wirklich einfach easy überdacht. Also, ich denke, wir brauchen da nicht ein richtiges Farminggebäude und so machen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen drüber. Weil letzten... Ich höre es doch. Weil letzten Endes ist ja in diesem Farminggebäude eh nie jemand, wo wir jetzt wieder bei dem Punkt sind. Mir fehlt in Minecraft etwas. Und zwar ist das wirklich so Interaktion. Wo ging es denn jetzt ganz hoch? Hier, ne? Da können wir das vielleicht besser von oben sehen. Ja, hier ist unser... Hallo? 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 So geil. Ha! Ey! 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 Habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Äh... Äh... Fackeln. Machen wir mal. Bup! Bup! Siehst du, jetzt ist da... Da ist wirklich ein einfaches Dach drüber gemacht. Damit die eine Ecke haben, wo es überdacht ist. Und die hingehen können, wenn es regnet und so. Und ansonsten können die halt rumlaufen. Die erfrieren ja nicht. Es ist ja nicht so wie bei Menschen. Und hier in die Richtung ist halt unser... Dingens, ne? Unsere... Warum ist da ein Zombie drauf? Und was ist das für ein Dorfbewohner da oben? Und, äh... Ja. Das ist ein Skelett da oben. Ich muss da oben ausleuchten. Was hat der denn für eine Aggro-Range? Guck mal, von wo der kommt. Was stimmt denn nicht? Ja, komm. Patsch weg. Super Golem. Nice. Ob die Zombies auch so eine Reichweite... Echt jetzt? Guck mal. Ah, warum haben die denn so eine hohe Aggro-Range? Liegt das am Schwierigkeitsgrad? Kann sein, ne? Warte, warte, warte. Runter von der Insel. Runter von der In... Ne. Runter von der Insel. Golem, bitte nicht. Sie springt einfach hinterher. Bitte nicht. Ich bin froh, dass wir einen Golem haben. Und dass ich zur Not dich einfach umhauen kann. Vereisen. Aber du machst das gut. Ich bin da sehr stolz auf dich, Golem. Golem, geh mal weg, bitte. Äh, ernsthaft jetzt? Nein! Nein! Der arme Golem. Wer ist schuld? Creeper. Äh, ich bin Golem. Ich spring da runter. Äh. Hm. Ich überlege gerade, wie wir das hier vorne so ein bisschen schicker machen können. Muss ja auch noch gemacht werden, ne? Und hier, den müssen wir natürlich abreißen. Der muss dann da entweder neu wachsen oder wir lassen das mal. Äh, ich denke, es reicht schon, wenn wir das lassen. Und dann gucken wir mal, was für ein Dorfbewohner da oben hängt. Das wollte ich noch gucken. Hä? Du hast keinen Job? Alter. Okay. Wir besorgen dir direkt einen Job. Bleib mal. Bleib da. Wir besorgen... Bleib. Bleibst du da? Ich besorge dir einen Job. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Na, ernsthaft? Wer ist so? Niemand ist so. Niemand. Ich habe auch keine Ahnung, wie der da hochgekommen ist. Weil eigentlich klettern die ja keine Leitern. Wie ist der hier hochgekommen? Der ist ja nicht hier gespawnt. Tada. Kartograf. sehr gut, haben wir schon mal einen Kartografen damit können wir ja schon mal arbeiten und du hast ein dickes Auge, Monokelmann du bist der Monokelmann ich nenne dich Monokelmann wir lassen den Monokelmann mal alleine wir müssen das Dorf noch fertig machen wir müssen hier noch die Umrandung und das Dorf fertig machen und ja gut einrichten müssen wir mal gucken ich weiß nicht, ob ich es einrichte oder ihr und ich hatte ja noch eine Idee mit Netherportalen, das heißt wir sind bald fertig wir sind wirklich bald fertig mit Skyblock und ich bin fertig für diese Folge wenn dir das ganze gefallen hat, dann kannst du das Video gerne liken wenn euch geschehen den Kanal abonnieren und Teil von Team Lars LP werden von meiner Seite heißt es vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein fürs zusehen und bis zum nächsten Mal bei Skyblock für Anfänger, ich bin raus Ciao mit Wow